3 video hier auf meinem kanal guide video und zwar befinden wir uns hier in wählen wo jedes galgenhögels hier oben das fragezeichen und zwar genau an der stelle hat sie die project wird mit dem nächsten update nützliches überaus nützliches gadget reingebracht falls euch das immer schon immer schon zu dunkel war jetzt für die für die fackel haben wir hier an der seite das gadget und zwar die kerzenleuchte wird mir jetzt nicht angezeigt warum auch immer hier haben wir sie probieren wir jetzt auch mal aus uja alter was ein göttliches gadget leute holt euch das sofort must have in the witcher allein auch schon wegen den ganzen höhlen und so weiter die zu erkunden sind ich hoffe ich konnte euch mit dem video weiterhelfen ich hoffe euch das gefallen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da ein kostenloses abo auf meinen kanal für euren mega geilen support würde ich mich sehr freuen bis dahin haut rein